Let's go, let's go. Was hast du? Sturmsoldat, Sanitäter, Versorgung. Sunny. Ja, dann nehme ich auch mal Sunny. Oh, ich bin ja aber nicht bei dir eingestiegen. Shit. Dann komme ich mal zu dir vor. So. Okay. Sind die da hinten irgendwo? Ne. Wo sind die denn überhaupt? Hast du welche gesehen? Ich glaube, da hinten ist keine, oder? Ne. Granate! Das sind die Gegner. Ich glaube, die sind alle da vorne. Ich gehe mal ein bisschen vor. Okay. Scheiße, da geht es voll ab. Ah, hinter uns jetzt. Wenn gehe ich vor, dann taucht er hinter uns auf. Pass auf, ja, da. Kommt er. Ah, kommt der zweite. Nee, da ist rechts noch mal einer oder so. Gleich jetzt kommt er ums Eck. Ja, sicher. Ja, waren es dann zwei, gell? Ich habe immer noch geschafft. Ja, ist immer so. Zwei sind immer einer zu viel. Ja, das Battlefield, das taugt dir jetzt schon, gell? Oder? Hehe, sehr schön. Drei Sniper sitzen ganz oben. Ja, ihr habt die gesehen. Ich war halt direkt hinter dir. Er ist selber, greift zu! Naja, die sind immer nur oben. Boah! Ich habe den gerade fertig gemacht. Sehr schön. Den habe ich gar nicht gesehen. Oh, oh, jetzt geht es hier richtig ab, hier. Okay, oben ist keiner mehr. Damit kommst du auf die Beine. Damit kommst du auf die Beine. Scheiße, ich ziehe da vorne immer noch eine. Ah, die war doch schon. Hier, erste Hilfe! Ich ziehe mir die Wunde mal an. Willkommen zurück. Hier, erste Hilfe. Danke, Mann. Bleib mal hier, oder gehen wir woanders? Hier, ich schaue mir fast, wenn wir gehen woanders gehen. Oh, ich schaue den Willen. Jawoll, Headshot! Okay, wohin gehen wir? Hier, erste Hilfe! Kommt doch weg! Braucht jemand erste Hilfe? Für dich, Kamerad! Erste Hilfe! Boah, der kam jetzt rausgestimmt. Das war sein Fehler. Ich hoffe, das ist doch mit Stotts. Hier! Oh, scheiße, wo war jetzt der? Ach, Gasgranate, verdammt. Letterliegt ganz woanders, aber Gasgranate. Schaffst du es noch? Die Hälfte ist geschafft, weiter so. Die Hälfte ist geschafft, weiter so. So, wo steigt man ein? Da oben. Hier, erste Hilfe. In der Nähe deiner Hälfte holen ist ein Wachsoldat-Kit verfügbar. Wachsoldat-Kit. Trupp ausgelasht, yeah. Macht jemand erste Hilfe? Ah, shit. Feind getroffen. Kommt er hinten hoch? Ich muss dir helfen, Mann. Erste Hilfe. Nimm's schon. Danke, mein Freund. Aufmerksamkeit! Nein! Hier, erste Hilfe. Erste Hilfe. Oh, komm, von da hinten. Hat er mich echt da unten getroffen hier. Scheiße, der kann mich jetzt nicht retten, weil ich in den Kisten hier drin lieg. Oder? Der kommt jetzt zu mir nicht dran. Toll, ist er Bescheid. Siehst du es? Ronstru, bist du noch da? Ja. Alter. Sniper retten. Okay. Ich weiß, weil bei mir war ein Sanitäter, der wollte mich eigentlich wieder retten. Und ich war in so einer Kiste drin gelegen. Ich bin beim Sterben in so eine Kiste reingefallen. Und dann hat er mich erst nicht wiederbeleben können. Wegen der Kiste. Aber den da oben, den kriegt man nicht, hä? Pass auf, den da oben gerade geschossen, gell? Da, kein Sperr! Das ist ein Sperr! Nee, das mit dem Haken. Für dich, Kamerad. Erste Hilfe. Danke! Hm, da war doch gerade da oben einer. Ist er schon weg? Ja. Erste Hilfe, greif zu! Erste Hilfe, greif zu, Mann! Bist du vorne im Hauptbereich, oder? Okay. Boah, den hat's jetzt aber weggedröselt, hey. Der ist über dich drüber geflogen, oder? Erste Hilfe, nehm schon! Wo hast du denn eingeschossen? Mhm. Wo sind sie denn? Ah, da hinten, an der rechts, an der Tür, sei ne? Ah, das, okay, Sieg. Jawohl, jawohl. Hat er da angeschaut? Nee. War jetzt die letzte Staffel, oder? Ja, die letzte. Ne? Okay, nee, hab ich jetzt nicht angeschaut. Aber ich schaue zwar, generell bin ich bei Walking Dead nicht dabei. Ach so, okay. Wieso, war gerade spannende? Ja, jetzt, jetzt war es ein bisschen ruhiger, eigentlich. Bei der letzten Folge. Bei der letzten? Welche Staffel läuft da gerade? Die siebte. Die siebte. Die siebte. Das ist, dikst. Das ist, dikst. B0. ぶский fält, boogo, Vielen Dank.